Auch dir. Ciao. War mal wieder eine wundervolle Fahrt. Ja, war mir eine Ehre. Viel Spaß, viel Erfolg. Macht sie fertig. Jo, mach mal. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Ciao. Und auf dem Teamspeak, Alex, auch rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, dann gehen wir der Sache nach und holen uns jetzt da. Ja, Shedricks, du musst nicht runterfallen. Ich habe dir noch nichts getan. Anker. Wir haben noch zwei Kisten. Ich komme dir zu Hilfe. Jan, theoretisch könntest du jetzt auch joinen. Du könntest ein Teil dieser wunderbaren Crew sein. Perfekt. Und ihr könnt beide, wenn ihr Lust habt und ihr könnt, natürlich ein Teamspeak kommen. Das ist natürlich auch ein wundervolles Ding. Und ich move euch dann. Ja, auf geht's, würde ich mal sagen. Voll im Untergang. So, 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 so. An mich. Ah, hi, ich begrüße dich herzlich. Da ist er ja. Wonderful. Was ist beim Skull eigentlich? Hat er keine Lust? Oh, er ist wieder weg. Er sucht was mit seiner Lampe. Ich weiß nicht was, ob er sucht was. Ich kann aber auch weiter Minecraft spielen. Ja, du kannst ja auch gerne dazukommen. Diese Lampe ist wunderschön. Wundervoll. So, ich hab die übrigens. Oh, hab ich nur nicht getraut die bisher rauszuholen. Okay, wir bekommen ein bisschen Wind. Das bisschen. Wir sind fast schon wieder nördlich. Wir halten noch ein bisschen Kurs und dann geht's ab nördlich, würde ich sagen. Oh, das ist Licht. Disco, Disco. Kommen wir mal an eine Disco. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Disco, Disco, während wir voll auf den Berg zu fahren. Entschuldigung, ich bin voll bekloppt. Auf geht's. Ab Richtung Norden. Wir drehen die Segel. Ich hoffe, wir kriegen gut Wind. Ja, wir drehen gut. Boah. Boah. Howdy ho. Ich würde mal sagen, los geht's. Und volle Kanäle war drauf. Also, Schätzrichs, du warst grad drauf, man hat dich gehört, aber irgendwie warst du wieder weg. Ich hab keine Ahnung warum. So. Ich schirm diesen Wind. Wir nehmen den mal voll mit. Und wir geben nördlich Gas. Sagst du was? Du hast den, du hast das Ding grad in der Hand. Nee, nee. Nee. Hast du Push-to-Talk an? Das wäre lustig, wenn's klappt. Hallo. Ja. Man hört dich. E-Test? Ja. Hast du grade Push-to-Talk an? Sehr nice, diese. Hallo. Wie geht das? Ja, es geht. Okay, gut. Du hörst mich auch, ja? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur Fragen. Aber du warst grad auf dem Teamspeak, oder? Nein. Okay, dann hast du mich die ganze Zeit hier angequatscht. Jetzt weiß ich's. Furchtbar. Wir müssen noch ein bisschen westlich. Aber so richtig schön westlich. Wir haben heute kaum Musik gemacht, tatsächlich. Ist ja fast schon ein Vergehen. Jetzt müssen wir Musik machen. Oh, ich hab grad das Risiko. Oh, ich hab grad das Risiko. Oh, ich hab grad das Risiko. So, gleich sind wir da. Ist nicht mehr viel. Ah. Ist nicht mehr viel. Ich finde diese gut. Wir müssen hinter die Insel da jetzt gleich. Und ich sollte versuchen, ein bisschen Wind zu bekommen. Oh Gott. Wenn du nicht, dann nicht. Ja, moin. Okay. Tschau. Viel Spaß beim Angeln. Ich wünsche dir viel Spaß. Das war's. Das war's. Wir nehmen dann das Dach. Oh, wir haben erst Hype. Das ist ne Insel, würd ich sagen. Die steuern wir mal nicht so direkt ab. Oh, wir haben erst Hype. Oh krass. Oh. Moin. Das ist ne Insel, würd ich sagen. Die steuern wir mal nicht so direkt ab. Das hab ich mir sagen lassen, ist nicht so gut. Ja, moin. Da hat er was gefangen. Fixen Applaus. Komm, wo ist das? Ähm. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Da. Yeah. Sehr gut. Danke. Da rechts fuhr doch gerade was, oder? Wir brauchen gleich, äh, da vorne ist der Außenposten. Da müssen wir hin. Aber da ist irgendein Schiff, das feuert wie wild. Ah, das sind zwei Schiffe. Die geben sich grad die Kante. Oh, das kann lässig werden. Und was machen wir jetzt? Wir geben die Ware ab und danach knallen wir die weg. Alle. Okay. Ich bin der Kapitän und ich bin wahnsinnig. Ich bin immer wahnsinnig. Lüpp. Anker gleich. Ja. Anker. Äh, huck. Zwei Kisten nur. Oh. Das wird jetzt lustig. Passt. Sehr gut, da haben wir wieder was. Okay. Hauen wir das noch mit. Okay. Hauen wir das noch mit. Sehr gut. Und da hinten nicht hin. Okay. Jetzt wird's spannend. Mal schauen, wer's schaffen. Okay. Ich lenke komplett nach rechts ein. Sehr gut. Und Anker hoch. Ich schaff den letztlichen Schritt noch. Okay. Okay. Wir holen uns die. Es sind zwei. Wollen wir helfen? Oder wollen wir töten? Das liegt jetzt an uns, oder? Äh. Ja. Wir wurden wäschen. Ich glaube, wir sollten uns um das Geisterschiff kümmern. Auf geht's auf das Geisterschiff! Wir holen uns die Quatsch-Tanten da vorne. Die da vorne, die haben wir vorhin ein bisschen, ja wie soll ich sagen, genervt. Und, ähm, ja, jetzt helfen wir denen doch noch mal. Jawohl, perfekt. Hau darauf, die die... Oh, der trifft, oder? Guter Treffer! Der läuft nur voll. Alles klar. Okay, wir haben zwar noch so viele Kugeln, aber wir können helfen. Perfekt. Linke Seite. Wir fahren nicht auf die drauf. Wir helfen denen. Oh nein! Die gehen unter! Shit! Come over here, guys! Oh Gott! Ich hoffe, die jetzt hier schießen sich gerade nicht selbst. Puh! Haben wir uns gerade einfach weiter beschossen! Ist dem so? Okay, wir drehen nach rechts ab und nehmen die Sägel raus. Weil ich glaube, da hat die... Oh Gott! Unser Schiff! Puh! Wir treffen uns richtig gut gerade! Ähm... Shadrax, wo bist du? Puh! Ich wollte eigentlich, dass sie rüber kommen, aber... wenn da keiner kommt... Wir machen das vielleicht gemeinsam. Wir machen das vielleicht gemeinsam. Puh! Okay, das hat nicht gereicht. Zur vollständigen Vernichtung. Aber wir drehen bei. Äh... Shadrax... Wo bist du? Ich bin hier nämlich gerade ganz alleine. Weil wenn, dann kämpfe ich jetzt gerade echt alleine gegen die Hayos. Das ist nicht gut. Würde ich nur mal angemerkt haben. Vielleicht noch ein ganzes? Ja. Fast schon. Oder der ist jetzt gerade auf dem anderen. Also ich habe so das Gefühl, er ist jetzt gerade auf dem anderen Schiff. Okay, wir schieben das Segel hoch. Versuchen die Hayos zu treffen. Ich bin ja ganz alleine. Ich muss das ganze Ding alleine managen jetzt. Okay. Dann ist es jetzt in Sachen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas getroffen haben. Auf jeden Fall müssen wir wenden. Was? Schiete! Das dumme Ding hat uns getroffen. Oh Gott. Wo ist Shadrax? Der ist aber noch in der Crew. Okay. Jetzt wird es... Das Ding geht unter, hm? Okay, wir sind freundlich. Wir winken. Okay, das Ding ist unten, würde ich sagen. Puh. Puh. Ja, das war... Das waren echt die, die wir vorhin mal platt gemacht haben. Winken, winken. Let's form an Aliens. Bam. Alles klar, Digis. Oh, das war aber auch nicht schlecht. Ich glaube, denen geht es nicht mehr so gut. Ich glaube, denen geht es nicht mehr so gut. Moment. Ähm, warum schreibe ich Caps? Auf geht's. Lass uns die holen. Okay. Ähm, der Kollege holt. Alter, was für ein... Das war jetzt eben auch ganz cool. Wir nehmen eins von denen. Wir nehmen eins von denen. Also, wir machen es fair. Komm, wir bringen denen das mal her. Und? Wir sind fair. Wir können uns vertrauen. Ähm. Okay, 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 okay. Dann machen wir das so. So. Sehr gut. Das ist da, das ist da. Ist alles da? Ich hoffe doch sehr. Äh, öh. Einmal rüber. Okay, wir haben gut geparkt, aber... Gut gemeint, aber... Das ist, äh, das ist eine Post. Das ist eine Mission. Ähm. Ja, komm, wir sind fair. Wir bringen denen den Schädel noch über. Dann spring ich halt rein. Ciao. Das ist eine Mission. So. Dann haben wir die Mission. Aber klar, Diggis. Jetzt muss aber fair geteilt werden. Okay. Okay. Jo. Die erkennen mich nicht mehr. Die erkennen mich echt nicht mehr. Okay. 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 Ja, okay. Komm, wir machen's. Wir sehen uns am nächsten Mal. Okay. Komm, wir gehen.